wie oft man nahe gestorben ist aber das schwerste ist auf jeden fall jetzt die Kraft und die N.I.S wird das noch schwer die ist auch scheiße weil du willst nicht du willst nicht wer und tschüss du weißt ja nicht den Weg wie du drücken musst als erstes musst du schon mal drücken wenns 2 musst du auch drücken was soll ich sagen was soll ich sagen dass du als erstes drücken musst du weißt aber halt nicht du siehst ja nicht oder und unter Abgrund ist ja wenns einmal drücken müssen schon mal drücken ich muss drücken poeg ui ui Mist nie das und das war dein Förder Ah, schuss. Das nicht nach unten, muss nach oben. Moment, sie... Vielleicht geh unten, was unten irgendwie oben lag. Was macht denn der, ey? Ganz ehrlich? Was ist das hier, Motherfucker, ey? Hey, spielt denn das scheiß Ding vorbei? Oh, ja, ja. Mann. Puh. Puh. Ach so, und das ist so kackstellig, ja. Ja. Wenn sie da so zusammen sind, dann muss sie... Oh, Mann, Mann, Mann. ... 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 So wie doof hier macht der ey Ja das ist das Die gehen immer anders, die ganz ehrlich ganz ehrlich dran Nicht nur Ey jetzt ehrlich wenn jetzt jeder immer gestorben ist, wollen wir uns fehler Ich mach das nicht mehr mit dem Mann hier so zu versagen mit dem so einem Schuss Scheißlevel hier Das ist doch Oder nach Verlager Pfff Pfff Und den Scheiß Blitz mal länger zu behalten Ja Ich bin hier wenn die Schubber zu einer Stelle kommt hier Ach gut Ah Das ist ja immer nur Drehattack So So Das ist aber nicht hier Oh gut Oh 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 Mann warum kommt denn Kommt denn gegen das hier ey Ja Ach komm Nur mit Federn Federn und Yoshi Das ist wensin Schwachsie Ich hab die Läden ab Ich hab die Läden ab Ich hab die Läden ab Sie sind 5, aber das reicht Hutsch Hutsch Kannst du wenigstens abkürzern machen Drei Brink nichts von mir aus dem anderen Hänge just Hu Warte Wir müssen natürlich auch mit Joshi so weit kommen Wir können am besten am Anfang fliegen Auf die Joshi kann ich auf die Viehe drauf springen So, warum nicht klappt es jetzt, ey. So, was, da du fließt, oder du? Und du musst da, um, auf die Dinger drauf. Traf! Ja, und der drauf, der drauf, der drauf, der drauf. Warte. So laut musst du nicht abspringen. Und der drauf. Ja, genau. Ja, genau. Gut. Ortweiter ist knapp, aber... ...hat geschafft. Jetzt brauchst du bloß die Feder und das war... Das war's. So hier der leichte Weg, aber ne. Das bringt nichts, wenn wir ständig sterben. Und doch, was denn? So. Gott sei Dank, Alter. Was haben wir jetzt hier? Awesome! Ah, das ist die. Die, ah, die ist auch noch doof. Mann, scheiß Ding, ey. Was? Oh, du hast nur einen Rutschen. Kommst! Jetzt geht Fußballspiel noch. Das ist viel. Komm, schieß noch. Ich kann sagen, wir haben ein YouTube in Pisskriegen. An die Stelle hier ist alles noch okay, aber naja, noch am Mittelpunkt, glaube ich. Ja, ich glaube, das hat sich jetzt erledigt. Ich glaube, gibt es auch hier noch einen Mittelpunkt? Gibt es auch hier Mittelpunkt? Ja, lustig. Wie ich dann die jetzt? Was ist denn mit dem Yoshi? Ich glaube, den Yoshi, das darf ich eigentlich nicht spielen. Kannst du den nehmen. Kurz vor, dass der kommt, setz ihn nochmal ab. Neun und neun Panzer. Den einfach, den haben wir so weit oben gesehen, ruhig. Warte, den da. Nimm einen von denen, den nehmen wir uns. Bucke aus. Und da um den Panzer. Vorsicht, Vorsicht. Und jetzt durch. Den wir jetzt oben durch. Mir könnt ihr ja erzählen, wie schwer das sonst wäre. Alles glatt. Vor allem gleich die Stelle hier, oder? Oh, ohne, ohne. Hier, die Stelle. Kurz vorm Ziel. Aha. Also mit blaren Yoshi und Fäder, das ist, das ist, das ist einfach eine, joa. So. Ich hoffe, ich glaube, ich habe jetzt auch mal einen. Das tun wir alle machen müssen mit Yoshi. Und gehen aber auch mal leicht. Groovy. Ah, Groovy, baby. Eins, zwei, drei, vier Stück noch. Und dann kommt der. Ich bin mir gespannt, wer einen Bowser machen muss. Hö, total schön. Ihr seht, das ist genau die Welt, die ihr beim Intro kommt, ja. Dann wird es mich freuen, ja. Ich will den, ich will den Pilz schon mal. Den Yoshi. Oh. Das ist glaube ich ja erleichtert So, einfach durch hier Du, 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 du Ich habe eine Bohnen zu schnappen Höh Ich habe eine Pizza Das kann doch nur mir passieren Ich habe eine Bohnen zu schnappen